Die ComSecurity Gruppe sorgt für ihre Sicherheit. Egal ob bei Veranstaltungen mit Auftritten von internationalen oder nationalen Stars, bei der nächtlichen Bestreifung ihrer Privat- bzw. Firmenobjekte oder beim Wertsachentransport bzw. Personenschutz. ComSecurity ist seit 2009 erfolgreich am Markt tätig, effizient und professionell. Geeignet sind unsere Dienstleistungen für den privaten Bauherrn genauso wie für den Industriekonzern, der Sicherheitsbedürfnisse aufweist. Hier haben wir für jeden die individuelle Lösung. Zu jedem der Einsätze gehört eine fundierte Einsatzplanung. Mit genauen Lageplänen werden strategisch wichtige Stellen definiert und entsprechend gesichert. Fluchtwege werden festgelegt und alle Mitarbeiter korrekt eingewiesen. Wo können Autos stehen? Bis wohin dürfen Besucher herantreten? Alle Fragen werden im Vorfeld bedacht. Die ComSecurity überlässt ihre Sicherheit nicht dem Zufall. Alle Mitarbeiter der ComSecurity sind selbstverständlich geschult und ausgebildet. Ein internes Qualitätsmanagementsystem regelt darüber hinaus alle sicherheitssensiblen Abläufe. Dabei bekommen einzelne Privatpersonen die gleiche Professionalität geboten wie Großkunden. Geht es um Zutrittskontrollen oder Wegbewahrung, können wir in wenigen Stunden reagieren. Wenn der Einsatz umfangreicher sich darstellt, wie beispielsweise Werttransport City-Streife, bedarf es auch im Sinne unseres Kunden einer Sicherheitsanalyse. Vertrauen auch Sie den Experten von ComSecurity. Denn Sicherheit verdient keine Kompromisse. Das sind Sie sich selbst und Ihren Kunden schuldig. Bei einem persönlichen Beratungsgespräch erörtern wir mit Ihnen gemeinsam gern mögliche Lösungen für Ihre Sicherheitsanforderungen. ComSecurity – effizient und professionell. whips của Sie aufregirlende Bis zum nächsten Mal. rage Viewers Wir sind erstmalig, vorrätten wenden requieren 蛋 5 1 0 0 0 0 Vielen Dank.